CLS Mini PC. Er ist sehr klein und handlich, aber er hat alle neuesten Anschlüsse und leistungsfähig. Er hat viermal USB 3.0, Gigabit LAN, Mini Display, Port, HDMI Anschluss, einen Ausschalter, 300 Megabit WLAN, und SSD-Festplatte. Er ist sehr gut. Sie haben auch Möglichkeiten, ihn hinter dem Monitor zu befestigen. Ich zeige Ihnen. So, er hat Betriebssystem mit allem Treiber und neuestem Update. Er hat zwei Jahre Vollgarantie, drei Jahre lang Service. Wir haben eigene Werkstatt. Wir bieten auch Express-Service und Vor-Ort-Service. Sie haben auch Möglichkeit, Ihre Konfiguration selbst zu bestimmen. Ich zeige Ihnen. Ich zeige Ihnen.